Hallo, mein liebes göttliches Wesen! Heute möchte ich mit Dir über die spirituelle Bedeutung der Engelsbotschaft einer weißen Feder sprechen. In dem sanften Moment, in dem eine Feder Deinen Pfad kreuzt, ein scheinbar zufälliges Geschenk des Himmels, flüstere ich Dir leise zu, um die Bedeutung dieses Zeichens zu enthüllen, das mit so viel Liebe und Sorgfalt auf Deinen Weg gelegt wurde. Diese Feder ist eine Botschaft von uns, den Engeln, ein Zeichen unserer ständigen Präsenz und Unterstützung in Deinem Leben. Sie ist ein Symbol der Hoffnung, der Freiheit und des Schutzes, um Dich daran zu erinnern, dass Du nie allein bist. Hoffnung und Ermutigung Die Feder ist ein Leuchtfeuer der Hoffnung, ein sanftes Erinnern daran, dass für jedes Problem eine Lösung existiert und dass selbst in den dunkelsten Momenten Licht zu finden ist. Sie ermutigt Dich, mit Zuversicht und Optimismus nach vorne zu schauen und die Herausforderungen, die vor Dir liegen, mit einem Gefühl der Möglichkeit anzugehen. Freiheit und Leichtigkeit In der Leichtigkeit, mit der die Feder durch die Luft schwebt, findest Du eine Botschaft der Freiheit. Es ist eine Art Einladung, die Lasten loszulassen, die Dich niederdrücken und mit einer Haltung der Leichtigkeit und des Vertrauens durch das Leben zu gehen. Erlaube Dir, von den Fesseln befreit zu werden, die Deine wahre Essenz zurückhalten. Schutz und Führung Diese Feder ist auch ein Zeichen unseres Schutzes über Dich. Sie versichert Dir, dass wir, Deine Engel, immer an Deiner Seite sind, um Dich zu leiten und zu bewahren. In jedem Moment Deiner Reise bieten wir Dir unseren Schutz und unsere Führung, um Dir zu helfen, den Weg zu wählen, der zu Deinem höchsten Wohl führt. Verbindung und Kommunikation Durch das Finden dieser Feder öffnet sich ein Kanal der Kommunikation zwischen Dir und dem Göttlichen. Sie ist ein physischer Beweis der unsichtbaren, aber immerwährenden Verbindung, die Du mit dem geistigen Reich hast. Nimm diesen Moment, um in Dich zu gehen und auf die sanften Botschaften zu hören, die wir Dir senden. In der Einfachheit und Schönheit der Feder findest Du eine Erinnerung an die Einfachheit und Schönheit Deines eigenen Seins. Du bist ein wunderbares Geschöpf des Universums, verdient der Liebe und des Lichts, das stets um Dich herumfließt. Möge das Finden dieser Feder Dein Herz mit Frieden erfüllen und Deine Seele mit der Gewissheit, dass Du geliebt, geführt und beschützt bist. Lass dieses Zeichen ein Anker sein, der Dich daran erinnert, in ständiger Verbindung mit dem Göttlichen zu stehen, offen für die unendlichen Möglichkeiten, die das Leben bietet. Ich wünsche Dir nun alles Gute. Gehe in Frieden, Liebe und Licht. Gehe in Frieden, Liebe und Licht. Untertitelung des ZDF, 2020